Massage, Stone Island, Philipp Plein, in dem Babyblau, Bruder, machst du nichts falsch. Warum nicht den Plein ein bisschen unterstützen? Okay, los geht's. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, zu einem 3000 Euro Farfetch Stream. Wir sind happy, wir freuen uns. Die Aufregung ist riesig, auch im Chat. Farfetch, die Ehrenmänner gönnen 3000 Euro, da ist die Motivation natürlich riesig und da werden wir sowas von zerstören. Wir werden so ein bisschen durch Farfetch stöbern. Es gibt aktuell, habe ich schon gelesen, minus 50% auf verschiedene Marken. Wie auch immer, wir haben 3000 Euro von Farfetch, nicht ganz, 2900 irgendwas. Mit dem können wir ein bisschen was shoppen. Ich freue mich schon mega drauf. Ich habe aber tatsächlich schon auf meiner Liste hier den 31er Move stehen. Nein, 31 Sachen geherzt. Ich konnte mich teilweise nicht zurückhalten. Ich habe schon ein bisschen vorgestöbert. Was ich haben möchte, ist Polo-Shirts. Ich ziehe momentan gerne Polo-Shirts an, weil ich natürlich meinen Ärmel präsentieren muss. By the way, Freunde, wer ein nettes Sommerhemd, schön kühl und perfekt für die momentanen Temperaturen, in einem unfassbaren, edlen Schnitt und Design kaufen möchte, jetzt gerade auf memvienna.com zu erwerben. Statt 147 um 97. So lange, bis die neue Kollektion kommt. Insomnia, alles in der Vorbereitung, Freunde. Macht euch gespannt. Ich weiß, es hat lang gedauert. Ich sage es immer, gut Ding braucht Weile. Wir haben uns die Zeit genommen für Produktentwicklung. Aber was euch erwarten wird, wird euch ziemlich überraschen. So, das zu diesem Plug. Was ich so gesehen habe, kann man auch aktuell die Yeezy Gap-Kollektion made by Balenciaga vorbestellen, was natürlich nicht schlecht ist. Oder wir holen uns einfach die neuesten Gucci-Gürtel von Alessandro Michele. Schauen wir zuerst mal in Sale. Wirklich orge Aktionen, minus 50 Prozent teilweise. Wie zum Beispiel so ein Mini-Binder-Rucksack. Der geht noch. Für die Mädels geht der noch. Auch ein ganz, ganz schlimmes Hemd. So im Prinz-Marcos-Style. Casablanca verbilligt. Memphis-Icon-Sweatshirt aus Bio-Bombo. Ja, I don't know. Wie gesagt, Polo-Shirts müssen wir auf jeden Fall noch schauen. Und Hemden. Vielleicht auch ein paar kurze Hosen für den Sommer. Ah, da. Diese Shirt haben wir in Rot gekauft. Wer kann sich erinnern? Das haben wir in XL gekauft. Das ist einfach zu groß. Ich glaube, das habe ich zweimal angehabt oder so. Prinzipiell Deep Palm Angels Badeshorts. Ja, fühle ich nicht so. Aber geht schon mal halbwegs in die richtige Richtung. Oh, wilde Brille. Man sagt jetzt so der, so Fenster-Glas mäßig, 607 Euro, tut mir leid, aber nein. Ah, übrigens Leute, weil er da gerade angeboten wird. Wer kann sich erinnern an das Video, die heißesten Sneaker 2022? Da habe ich auch die Balmain-Schuhe hergezeigt. Die B-Suffer Sneakers. Es sind jetzt drei verschiedene Colorways herausgekommen. Ich habe gesagt, wenn der Schuh rauskommt, hole ich mir sofort. Problem ist leider nur, die Colorways, die jetzt bis jetzt rausgekommen sind, sind nicht so mein Fall. Das ist zum einen dieser hier. In komplett schwarz. Okay, ist ein bisschen langweilig. Und dieser hier. Ich warte aber auf diesen schwarz-grünen oder diesen blau-grünen-schwarzen. Weil so komplett schwarz fühle ich es nicht. Da kommt das Design noch nicht so raus. Schwarz-Weiß fühle ich auch nicht so. Schaut irgendwie nicht so nice aus. Und das ist sowieso eine Gemeinheit. Was ist das? Ist der in ein Einhorn gestiegen oder? Achso, Pride Month. Da haben wir es wieder, Leute. Na, keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber die Farbe kommt. Hinten schaut es aus wie ein Frosch. Du gehst einfach mit zwei Fröschen. Gefällt mir nicht. Warten wir einfach. Vielleicht kommt da ja noch ein nicerer Colorway raus. Yeezy Gap Engineered bei Balenciaga. Das ist das, was ich gemeint habe. Könnte man eigentlich vorbestellen. Gibt es auch in anderen Farben. In schwarz. Ah, das ist ein washed. Ist halt die Frage. Braucht man einen Yeezy Gap Engineered bei Balenciaga Hoodie mit einer Taube drauf? Nur weil es Yeezy ist. I don't know. Aber der Schnitt schaut schon ganz wild aus eigentlich. Was sagt sie zu dem? Muss das? Gibt es auch ohne Taube. Aber zu einem Grün ist er schon ganz cool. Gefütterte Regenjacke. Crazy. Wie schauen die Shirts aus? Okay. Viel länger, als ich gedacht hätte. Ich glaube, so ein T-Shirt können wir schon mal einpacken, oder? Das schaut auch ziemlich fett aus vom Stoff. Sollen wir es in dem Colorway nehmen? So in dem würde ich es eigentlich ganz spannend finden. Boxyfit und Rundhalsausschnitt. Farbe Beige. Wird am 6. Juli verschickt. Na bitte. 42% Polyester. Ja, ich glaube, das probieren wir. Welche Größe? Ich trage normalerweise L, aber ich glaube, ich nehme es in einer M, weil ich bin auch ein bisschen dünner geworden. Okay, das haben wir schon mal drin. Übrigens, Freunde, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, bei Farfetch 10% zu sparen. Mit dem Code MAXFFF für Farfetch. 10% Gutscheincode. Einfach für neue Kunden zum Schluss eingeben und dann nochmal 10% auf alles. Wenn ihr um 1000 Euro shoppt, sind das immerhin schon 100 Euro. Uh, Off-White Chicago. Das ist eigentlich nicht so schlecht, aber 765 finde ich fast ein bisschen zu viel. Das wäre im Angebot, wie ich trotz dessen, dass ich alles gratis bekomme, ein schlauer Sparfuchs bin. Was mit dem? Was sagt sie zu dem? So leicht auf. Ja, weiß nicht. Das schaut so aus, als hätte ich es vom H&M. Finde ich ein bisschen lame. So ein wildes Polo-Shirt von irgendeiner Marke, die normalerweise keine Polo-Shirts macht. Würde ich fühlen. Deutschland Cabana 1650. Das ist ja kein Polo-Shirt. Das ist ein Hemd. Agnes Studios. Das ist eigentlich ganz cool. Schaut mal dieses Babyblau an. Das ist nicht schlecht, oder? Gibt es auch in Grün. Fühle ich auch. So ein Giftgrün. Hat das so eine leichte Waschung. Mani? Ach, ich weiß es nicht. Fühle ich nicht so. Was sagt sie zu dem Mani-Hemd? Ah, uh, das ist aber so mit Löchern drin. Oh, das ist schon cool. Aber dieses Muster, dieses Karo-Muster, ist nicht ganz so meins. Und dieses fette Mani vorne drauf. Schaut aus wie ein Fußballtrikot. Ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache. Oh, mit den Sneakers dazu. Was sagt sie zu dem? Das finde ich eigentlich ganz cool. M 450. Ah, schon eine Ansage. Philipp Lein, oder? Bitte. Schnäppchen, Leute. 180 Euro. Na klar. Gönnen wir uns. Philipp Lein-Hemd. Jetzt habe ich jede Figur dafür. Oder da mit dem Ton. Das ist nicht mal so schlecht. Das ist nicht mal... Kann man keiner erzählen, dass das jetzt viel schlechter ist, als das Ami Paris. Kann man keiner erzählen. Für 144? Lustig wäre schon irgendwie. Magst du sagen, kommt das MEN-Polo? Kann ich noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall wahrscheinlich so im August. Lustig wäre schon. Einfach viele Plein-Koppen. Sarge, Stone Island, viele Plein. In dem Babyblau, Bruder, machst du nichts falsch. Warum nicht den Plein ein bisschen unterstützen? 144. Komm. In den Warnkopf. Witzig. Wenn ich das nehme. Nein. Die ganze Zeit über viele Plein schimpfen. Den roasten vor Ort selbst noch. Und dann das bestellen. Auch das nicht mal so schlecht. Ich glaube, meine Nahrungsergänzungsmittel tun mir nicht gut. Ich kriege Geschmacksverwirrungen. Das finde ich schon ein bisschen prolo. Vor allem mit diesem fetten Logo. Da ist Philipp Plein gleich viel besser. Das von Gucci. Das ist schon ganz cool. Gibt es aber nicht mehr. Dieses Monogramm. Und dann auch noch dieser cremefarbene Kragen. Das kann schon was. Badehosen wollten wir auch noch checken. Schauen wir mal kurz wegen Bademode. Es gibt einfach so fucking viel Auswahl. Dass man gar nicht weiß, was man nehmen soll. Rude. Palm Angels X Villa Brücken. Das ist so die Standard-Badehosenmarke. Habe ich safe richtig ausgesprochen gerade. Palm Angels mit Leoprint. Die ist cool. Und die ist auch noch ziemlich günstig. In den Warnkorb. Na sicher. Top. Da gibt es Bottega. Von dem haben wir das Hemd gesehen. Das schaut ja mal richtig doof aus, oder? Schaut aus, als würdest du irgendwo in Ägypten bei so einem Standl um 5 Euro kaufen. Richtig schlecht auch der Print. Zack. Lara hat einen Link reingeschickt. Alexander McQueen Badehose. Ja. Die erinnert mich so ein bisschen an die Marcella. An den Marcella Hoodie, den wir mal gekauft haben. Wer kann sich an den noch erinnern? So vom Stil her. Aber fühle ich nicht ganz. Aber auf jeden Fall eins von den cooleren Modellen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich bis jetzt geherzt habe. Jetzt zeige ich einmal, was ich alles drin habe. So. Dieses Cavalli Hemd. Was sagt ihr zu dem? In diesem Leo Print. Ich glaube, das könnte cool kommen. Andererseits. Dieses Schlangenhemd mit der Paris Hilton drauf. Wer kann sich erinnern? Das hatte ich zweimal an. Ich glaube, ich bin mehr der Fan von Kurzarmhemden. Es könnte krass kommen, aber vielleicht wäre Kurzarm besser. Das gebe ich mal weg. Dann ist das dieses PT Torino. Das schaut so aus. Ja. 40 Zentimeter. Warum steht da Zentimeter? Kragen. Kenn ich mich nicht aus. Und so super ist es auch nicht. Hau mal raus. Vetements Limited Edition. Wer gerade vergünstigt. Klassisches Vetements in diesem The North Face Design. Schlicht schwarz. Kann man immer machen. 376 in L428. Passt ist raus. Mach mal nicht. Gucci Jeans. Habe ich kurz überlegt. Na. Die Taschen sind eine Katastrophe. Nehmen wir nicht. Die Balenciaga Runner Sneaker. Habe ich überlegt. In dem Farbton habe ich es nämlich noch nicht so oft gesehen. So in einem leichten Creme. Gibt es aber auch in Blau sehe ich gerade. Was hat da noch jemand reingeschickt? Na. Tut mir leid. Aber das gefällt mir gar nicht. Schaut so aus, als wäre ich zu nahe beim Konzert von der Blue Man Group drangestanden. Nicht so mein Fall. Die finde ich in Blau auch nicht so cool. In Creme. Ja. Hm. Weiß nicht. Muss glaube ich nicht unbedingt sein. Dann habe ich überlegt. So einen Jacquemus Anzug. Aber ich kenne mich. Den ziehe ich einmal an für ein Foto und dann nie wieder. Heißt. Ich würde den auch mal wegnehmen. Außerdem reicht es da eigentlich, wenn ich mal einen von Zara hole. Das Marni Hemd haben wir schon gekauft. Das ist mega nice. Frage ich sehr gerne. Das Off Duty Hemd. Bisschen too much. Kennt ihr? Ich weiß nicht warum das da drin ist. Da dürfte ich angesoffen gewesen am Shoppen. Da haben wir das Jacquemus. Was sagt sie zu dem Hemd? Das Hemd. Ja. Fühle ich nicht zu 100%. MAC. Jacquemus Jeans. Die fand ich ganz nice. Die könnte ganz cool kommen. Okay. Giftsgrün taugt man nicht. Die fand ich eigentlich, die finde ich eigentlich ganz cool. Was sagt sie zu der? Eine Pleasures Jean. Jetzt habe ich gerade fett gespuckt. Mit so Playboy Bunnies drauf. Vom Schnitt her könnte die ganz nice kommen. 32er Waist habe ich. Habe ich jetzt im Warenkorb gegeben. Perfekt. Die Brille haben wir schon. Das haben wir zurückgeschickt. Werde ich auch nicht nochmal kaufen. Die Versace muss nicht unbedingt sein. Die habe ich wie gesagt schon. Da ist nochmal das Petit Torino. Ja. Das wollte ich unbedingt haben. Safe. Das kommt in den Warenkorb. Auch noch minus 30%. Haben wir das in M auch noch. Das war letztendlich. L war riesig. Deswegen glaube ich, dass M fast besser wäre. Zack. In den Warenkorb. Das ist mega fett. Die Jeansjacke fand ich auch ziemlich cool. Auch wieder vor zu vor. Was sagt ihr zu der? Ist sogar mit Zipp hinten. Die könnte krank kommen. Ah, wir haben jetzt eh schon die eine Jeansjacke. Das reicht eh schon aus. Die ausverkauft. 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 So. Ich glaube aber tatsächlich, wir werden es fürs Erste belassen und einfach noch einen Shopping-Stream anreißen. Wir müssen ja nicht auf Krampf alles ausgeben. Wisst ihr was ich meine? Wir sparen nochmal extra 293 Euro. Also jetzt, Freunde, lohnt sich's. Weil ihr könnt es mit meinem Gutscheincode für Erstkunden auch nochmal 10% sparen. Und jetzt momentan die Angebote sind mega. Einfach maxff als Code. Und dann spart es nochmal 10% auf alles. So hat sich aus. Freunde, das war der Cop. Wir haben weniger eingekauft, als der Plan war. Aber ist ja nur umso besser, können wir einen weiteren Shopping-Stream machen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den einzelnen Pieces, die wir geshoppt haben. Und welches Piece ihr euch vielleicht geholt habt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaut, seid unbedingt dabei, wenn nächste Woche dann das Unboxing hoffentlich schon losgeht. In diesem Sinne, Freunde, das war's von mir. Euer Maximilian.